Und dann brauchen wir nämlich die düsseligen Räume nicht selber ausheben. Oh nein. Ich würde mal so sagen, ganz ungünstig hier. Ach, Mann, ey. Düsseldige Scheißkrabbel, ey. Mann. Irgendwie dieses Pingeln, das erinnert mich irgendwie an einen Portal. Weiß ich auch nicht. Ja, hallo Krabbel. Na, wie geht's? Alles klar bei dir? So, eins, zwei und drei. So. Wenigstens ein wenig angeglichen hier. Äh. Gut. Terep, terep, terep. So. Bap, 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 da, da. Sehr schön. So, dann müssen wir gleich nur noch die Räume einmal ausmessen. Und dann passt das. So, hier kommen dann noch ein paar Stufen hin. Aber nicht jetzt. Oh Gott, was ist denn hier alles? Hallo. Na, kleine Witsch? Komm, geh kaputt. Danke. Na, du's. Hallo. Böse Spinne. Äp, dip, dip, dip. So. Äh, jetzt muss ich mich mal eben ganz kurz entleeren hier. Geht ja gar nicht. So. Ai, ai, ai. Uh, 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 uh. Habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich nicht gestorben bin, Mensch. So, was habe ich jetzt hier Tolles? Oh, irgendwie nicht so wirklich was Tolles. Denn irgendwie war das, äh, eher so. Hm, meh. Äh, badab, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte, äh, erstmal bisschen was verdammen. Ja, vielleicht doch noch mal für mehr. So, ich wollte nämlich einen, äh, Builder bauen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern ihn hier. So, da brauchen wir Bricks für. Habe ich. Enderpearls haben wir auch. So. Brauchen wir Lapis. Zweimal. Dann brauchen wir Stone, war das, glaube ich. Wo sind die jetzt? Da. Glaub ich waren vier, oder? Kann das sein? Habe ich gerade... Ach, nee, das war Eisen. Naja, gut, knapp, dann nehmen wir es auf. So, nehmen wir davon welche mit. Und dann brauchen wir noch ein paar Go-Nuggets. Go-Nuggets, in der Hoffnung. Ja, haben wir hier drin, sehr schön. So. Dann speisen wir die Lapis hier mal wieder rein. Nehmen wir auch noch das Deck mit. So. Machen wir jetzt mal ein paar Machine Frames. Schmeißen wir da rein. So. Dann brauchen wir Bricks, Enderpearl und Redstone. Redstone brauchen wir vier, glaube ich, waren das. Ne, waren auch nur drei. Na, egal. Enderpearl. So. Davon auf alle Fälle vier. Was war das noch? Genau, und Enderpearl. Enderpearl. War das der Bilderblock? Ja, 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 ja. So, dann brauche ich jetzt... Brauche ich jetzt... Oh Gott, wie hieß das Teil noch? Muss ich mal eben nachschauen. Das sieht zwar ganz nett aus, war es aber nicht. Das war irgendwie so eine Düsseldikette-Karte. Genau, hier, Shapecard. Wenn wir nicht alles täuschen. Das brauche ich. Ja. So, Shapecard. Brick, Iron und Redstone. So, und Paper war das. So, dann brauche ich da die Shapecard. Habe ich jetzt irgendwas rausgelassen? Ach, weil das die normalen Bricks waren. Brick. Das waren nicht die Brickblöcke, sondern die Brick Ingles, hätte ich beinahe gesagt. Ach ja, die stacken ja nicht. Hm, das ist natürlich doof jetzt. Naja, gut. So. Dann. Void. Oder Quarry. Habe ich Ink? Jo, dann nehmen wir jetzt erstmal eine Void. Aus dem ganzen Grund, weil ich kann das gar nicht derzeit alles lagern. Und was war das noch? Obsidian. Fangen glaube ich auf vier Stück, ne? Ja, ja. Pas schon, pas schon, pas schon. So. Ähm. Was ich jetzt noch brauche, ist... Schön. Ich habe das EGMC-Value weggenommen. Ach, ich wollte nämlich gerade echt sagen, ha, muss ich aufpassen. Ne, ne, ne. Aber muss ich ja gar nicht. So. Ähm. Ich brauche jetzt noch Strom da unten. Und das nicht zu knapp. Ähm. Ähm. So. Wir machen jetzt hier mal eine Dreierwanddicke. So. Dann die Torche mal wieder her. Danke. So. Da brauche ich jetzt mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das ist jetzt nochmal die andere Richtung. Da sind wir auch nochmal bei. Ja. Wir machen 21, nee, 22 machen wir. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da würden wir ja schon mal so das Ungefähre abgesteckt haben. Ach, dann muss ich den Bilderblock aber nochmal einmal versetzen, ne? Ah, 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 ah. Aber okay, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Dopp, 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 so. Ähm. Jetzt brauche ich nochmal eine Höhe. Beziehungsweise eine Tiefe. So. Was habe ich jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechs, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig. So. So, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So. Ah, das ist, ich möchte doch jetzt, ach verdammt, ich muss da zuerst drauf dödeln, ne? Ne. Erstmal ein Abelessen. Erstmal ein Abelessen. So. Dann brauche ich jetzt noch eine Höhe. Ah, warte mal. Ähm, wenn ich jetzt da. Ich glaube, die Höhe ist gar nicht schlecht. So. Okay. No Selected First Corner. Das ist diese. Und die zweite. Ähm, ist diese. So. Und jetzt kommt das Ding da rein. So. Jetzt brauche ich noch, wie gesagt, Energie. Und. Ha, 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 ha. Ha. Und einen Hebel. Wobei das mit der Energie irgendwie viel interessanter wird. So. Wobei, ich glaube, wir werden jetzt hier einfach mal ganz stumpf. Da konntest du jetzt mal. Mhm. Hinsetzen. Mhm. Mal schauen. Wie mache ich denn das jetzt am allerblödesten? Ich glaube tatsächlich einen Durchbruch nach oben. Ist, glaube ich, gerade echt am coolsten. Jetzt wird es natürlich einen Moment dauern, aber okay. Weil ich befürchte, ich bin nämlich auch direkt unter dem Berg. Oder? Ah, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da war schon wieder Krabbel. Habt ihr das gesehen? Wie das runtergefallen ist? Ich kittikitt. Bin ich bald da? Ja, bin ich tatsächlich. Sehr schön. So. Sieht mal, so weit weg ist das gar nicht von zu Hause. So. Töp 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 töp. So. Ach. Da war ja was. So. So. Schön Erstmal eben ganz kurz schauen Ach, da ist ja ein Zombie, Mensch Hallo, na du Löff das hier So Stöhnt der mir hier, wie ich sehe, mal so Voll erotisch ins Ohr, ey So Jetzt müssen wir dann gleich Einmal schlafen Ach Habe ich die tatsächlich? Ich bin weggeworfen Das ist ja doof So Lass mich doch mal alle in Ruhe So Dann, wie gesagt, brauchen wir gleich noch Energie Und dann kann das auch schon losgehen Ist die dummische Zulige Spinne noch da? Ja Komm, geh weg Und du auch, komm Komm Ich brauche noch Noch, 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 noch Hier So ein Teil da So ein Solar Generator, wa? Und Capacitor Banks Waren wohl auch nicht schlecht Aber okay Das ist okay Ähm, zwei, drei, vier Und dann brauche ich Äh, ich glaube, die reichen Oh 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 Ich vergaß, die waren ja teuer Na egal So Hier kam sie raus Dann Einmal so Und einmal so Jetzt muss ich eben nochmal So viel weiterbringen Ach Na gut Dann werde ich aber glaube ich die da oben gleich mal austauschen Und zwar gegen die Äh, etwas bessere Variante So Eins, zwei, drei, vier waren das Und Und Cobblestones habe ich auch Wir können ja mal eben gucken, was die jetzt produzieren Wir gucken erstmal, was die produzieren Bis letzten Endes einfacher, als wenn ich jetzt hier anfange Das nochmal wieder auszutauschen So Oh Ihr seid aber Die sind aber auch eigen Ey Kommt ein bisschen ein Baum im Weg Weil sie produzieren ja keinen Strom mehr Säcke So Sehr schön Sehr schön Ähm Jetzt glaube ich Werde ich mal eben Und dann hier mal ein bisschen Irgendwie nicht Redstone verstreuen Geht nicht Gut Habe ich Redstone-Konto jetzt eigentlich schon Gemacht Nö Habe ich nicht Wieso nicht Das ist ja witzig So Dann Äh Conduit Binder Brauche ich glaube ich mal sechs von Wenn mich nicht alles täuscht So Genau Dann hier nochmal eben alles reinschmeißen Was ich jetzt hier noch alles auf der Tasche habe Oh, was hat er denn da jetzt gelernt? Ui, 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 ui Ich glaube das war nicht gut Na egal So Ihr verbindet euch nicht Echt nicht? Och, Mann War für auch zu schön gewesen Hab ich Ähm Redlogic Redlogic Red, nee Red, 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 red Ich hab zwar viel rotes hier, aber irgendwie Nicht das Was ich meine Okay gut, na dann muss das halt eben doch mit allen Dingen hier gehen So, Time Transpiting Dann los, komm Ich spuck da schon was rein da Ah Das ist jetzt nicht viel Aber die Geben nur so wenig aus, ne Och, Mann Ähm Ähm, wie war das noch Das konnte man irgendwie umgehen Ich weiß noch nicht mehr wie Ach Weil das ist definitiv nicht viel, was die hier jetzt gerade produzieren Könnte ich einen Big Reactor bauen Yellow Ride habe ich Graphite Bars habe ich Theoretisch wäre das machbar, aber das wäre glaube ich zu viel Aufwand Um Bum-ba-deb-deb-deb-deb